Hi, wir sind von Decaña Panela. Wir haben hier diese tolle Zucker-Jose und da ist der beste Kaffeezucker der Welt drin. Zuckerrohr pur, einfach Zuckerrohrsaft mit Mineralien, Vitaminen, sehr schmackhaft, mit einer tollen Kooperative aus Kolumbien arbeiten wir mit den Bauern und importieren diesen herrlichen Zucker. Kann man zum Backen und Kochen genauso gut nehmen, einfach eins zu eins verwenden und schmeckt sehr karamellisch-malzig, also ganz lecker und könnt ihr auch im Kochhaus München bekommen. Ich bin hier in der Startup-Area und ich habe dieses Jahr gegründet, meine Eltern kommen aus Kolumbien und Panela ist aus Kolumbien ein Traditionsprodukt. Es war mir sehr wichtig, dass zu Deutschland auch bekannt wird und dass die Leute in den Genuss kommen von diesem herrlichen Zucker.